Freitag geht es bei Softwarearchitektur im Stream um lose Kopplung. Das ist ein fundamentaler Begriff für Softwarearchitektur. Es geht darum, Änderungen auf einige wenige Module zu beschränken und dadurch Software wartungsfreundlich zu machen. Wir wollen schauen, was dieser Begriff nun genau bedeutet und wie wir in der Praxis lose Kopplung erreichen können. Ich freue mich auf zahlreiche Zuschauerinnen und Zuschauer und auf viele Fragen und viele Diskussionen. Bis zum Freitag. Vielen Dank.